Bei der FidoKids Stiftung geht es darum, dass wir armen, kranken, also auch einsamen Kindern und damit weißen Kindern zum Beispiel helfen wollen, und zwar sowohl in Deutschland als auch sehr viel in Osteuropa. Gerade Kindern, die medizinisch betreut werden müssen, Kindern, die behindert sind, Kindern, die aus sozial schwachen Familien kommen und eben sagen wir mal, dadurch nicht diese Fürsorge erhalten. Oder zum Beispiel wie durch unser Kinderhospiz hier in München, dass wir Familien helfen, wo Familien erfahren, dass das Kind unheilbar krank ist und in den nächsten Monaten versterben wird, womit natürlich teilweise sowohl die Eltern als auch die Geschwister nicht zurechtkommen oder zum Teil auch nicht einmal die Eltern sich trauen, um Sozialhilfe anzubieten, weil sie versuchen, das mit ihren letzten Mitteln selber zu schaffen. Und hier helfen wir eben auch, dass wir Stellen schaffen, dass wir Unterstützung geben, damit diese Familien auch richtig besorgt werden. Sie haben ja auch eine ganz tolle Unterstützerschaft, den Herrn Magath haben wir vorhin gesehen, die Frau Kaufmann. Wie sind Sie zu denen gekommen oder wie kamen die zu Ihnen? Ja, Herrn Magath habe ich kennengelernt über Herrn Flächenberg. Und Herr Magath ist ja selbst Vater von sechs Kindern. Und ja, auch seine Familie nimmt seit Jahren meine pflanzliche Arzneimittel ein. Und er weiß, dass er hinter den Produkten stehen kann, hinter meinem Namen stehen kann. Und deswegen hat er sich sofort bereit erklärt, den Vorsitzenden meines Stiftungsbeirates zu machen. Genauso war es mit Frau Annemarie Kaufmann, eine sehr bekannte Juskickel und Opernsängerin. Und desweiteren auch Natalia Klitschko und eine russische Professorin. Und ich finde es richtig toll, hier Menschen gefunden zu haben, die gemeinsam mit mir, mit Enthusiasmus kämpfen und sich auch einsetzen. Aber das Wichtige ist, dass sie auch Zeit dafür aufwenden, weil das Wertvollste, was wir haben, ist die Zeit. Und Sie haben ja auch vorhin gehört, aus den Kommentaren von der Annemarie Kaufmann, sie gibt Konzerte für uns, für die Stiftung. Felix Magath besucht ja auch die Krankenhäuser mit, unternimmt etwas mit den Kindern. Und genauso macht es auch die Natalia Klitschko. Also das Wertvollste investieren ist die persönliche Zeit. Ich finde Fütok jetzt eine ganz besondere Stiftung und ich unterstütze sie sehr, sehr gerne, denn sie kümmert sich in Osteuropa um Waisenkinder, im Waisenhaus. Und man glaubt gar nicht, was für unglaublich unterirdische Zustände teilweise herrschen, hygienische Zustände herrschen. Und ich weiß, dass jeder Euro genau da ankommt, wo ich möchte, dass er ankommt. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen, wie haben Sie denn, Herr Professor, überhaupt kennengelernt? Ich glaube, Sie werden es nicht glauben, es war für Fußball. Und zwar war Herr Professor Popp engagiert bei dem FC Bayern München. Ich auch, meine andere Funktionen. Und da haben wir uns dann kennengelernt und getroffen, weil Herr Flechenberg, der ja auch hier ist, in seiner Hälfte, uns zusammengebracht hat. Und das war 2005, nehme ich an, so ungefähr jedenfalls. Und seitdem kennen wir uns. Und als wir 2007 dann die Stiftung gegründete, habe ich mich gefragt, ob ich da auch mitmachen würde. Und es war gerade in dieser Phase auch, als ich beim FC Bayern-Trainer war, dass ich eben auch überlegt habe, mein Leben hat sich so glücklich entwickelt und ich habe so viel Erfolg und Freude gehabt. Und dann haben wir, man fragt mich, überlegt, ob wir eben nicht auch ein Kind adoptieren, um halt auch jemandem zu helfen und Hilfe zu leisten. Und wir sind dann aus den bürokratischen Hürden, die man aufstellt, dann abgekommen. Und in diesem Moment habe ich Professor Popp gefragt und da war ich halt gerne bereit, ihn in seiner Stiftung, in seiner Stiftung zu unterstützen, sodass ich halt von Beginn an hier bei der Stiftung mit dabei bin. Und wir haben ja gesehen, ich bin ja nicht der einzige Beirat, man hat mich ja zum Vorsitzenden des Beirats gemacht, weil, ja, ich, der einzige... Sie sind predestinierter, würde ich mal sagen. Nein, ich bin der einzige männliche Beirat, damit ich auch abends nur was zu sagen, aber ich bin ja zum Vorsitzenden. Was macht denn ein Vorsitzender genau? Also, Sie haben ja jetzt Damen dann, ja, in der Regel mit dabei und können Sie sich denn da überhaupt durchsetzen? Ja, selten. Das ist ja die Problematik, aber mittlerweile haben wir schon zusammen... Zusammenarbeit entwickelt, wo alle glücklich und zufrieden sind. Ich bin derjenige, der dann bei der Sitzung ab und zu mal was sagen darf und dann auch ein Wort erteilt an die, ja, die sich melden und gerne Einfluss nehmen möchten auf das, was die Stiftung macht. Und wir, Sie hören, wir haben auch da in dem Stiftungsbeirat, ja, nicht nur viel Kompetenz, sondern wir haben auch wirklich wirklich sehr, sehr gutes Zusammenleben, Zusammenarbeiten und es ist eigentlich schade, Entschuldigung, es ist schade, dass wir so selten einen Beiratssitzung haben. Das können wir doch ändern, oder? Entsprechend gibt es dann eben auch viele der Gegenden, die, ja, nicht so gut entwickelt sind und es gibt eben auch viele Menschen, die keine Arbeit haben oder nur Schwerarbeit finden und so gibt es dann auch viele Kinder, die tagsüber auf der Straße im Grunde sind und mir ging es ja ein paar Jahre vorher ewig. Ich bin ja allein mit meiner Mutter aufgewachsen und da gearbeitet, sodass ich auch so oft den ganzen Tag alleine war und dann natürlich durch die Gegend gestreut bin und sich ein ziemlich glücklich nicht zum Nachteil ausgewirkt hat, aber es war natürlich in der Phase schon so für mich, dass ich eben geprägt wurde, dadurch, dass ich eben viel auch alleine unterwegs war und ich habe dieses Projekt dann gerade unterstützt, weil ich eben weiß, dass diese Kinder gerne auch mal mit anderen zusammen etwas machen und dass eben Kinder, die von zuhause nicht unterstützt werden können, zum Beispiel in ihren schulischen Leistungen, dass die so eine Anlaufstelle brauchen und dass es ihnen hilft, wenn dann mal zusammen auch Hausaufgaben macht, oder eben, was jetzt Kirchen der Fall ist, wo wir sehr gute Mitarbeitenden haben, die die Kinder dann auch mal im Zoo mitlegen oder jetzt die Hade mitlegen, die da einladen, also dass wir sehr viel mit den Kindern da unterlegen und ich war auch mit Frau Klemm und jetzt im Dezember wieder da in den ganzen Kirchen und habe, wie Professor Kopp, auch an den Weihnachtsmann gespielt, alles ihm überlassen und da hat man eben gesehen, es war auch ein wunderbarer Tag, wo eben dann viel von den Kindern auch zurückgekommen ist und das sind dann eben auch Momente, die einem dann auch helfen, und das ist dann auch ein bisschen stark, deswegen glaube ich eben auch, sondern wenn man jemandem hilft, so wie jetzt den Kindern, dann ist es auch nicht uneigennützig, sondern man bekommt was dafür und ich denke immer, es gibt halt nichts Schöneres, dann, wenn man so glückliche Kinder oder, ja, wenn man von den Kindern dann so herzlich dann auch begrüßt und genannt wird. Die Kinder denken jetzt dort, in der Gelsenkirche, in dem Fiedoland Freiraum, dass der Weihnachtsmann Felixwacker ist, oder zumindest so aussieht. Ja, die sind jetzt auch schon ein bisschen größer und ich fürchte mal, dass die schon reell ans Bild haben, aber ich glaube, sie würden mich gerne dieses Jahr hier sehen. Dann machen sie das auch, oder? Ja, doch, vielen Dank.